So Leute, wir sind hier an einer, wie heißt es, Milchtankstelle. Ich möchte euch das Prinzip einmal zeigen, weil das ziemlich cool ist für all diejenigen, die nicht verzichten wollen und sowohl Milchprodukte als auch Eier konsumieren wollen, aber eben darauf achten wollen, wo es herkommt. Hier sieht man, wo es herkommt. Hier haben die Hühner genug Platz und man kann sich die Milch eben selber zapfen, wie viel man braucht. Und ich möchte euch gerne einmal die Hühner zeigen. So, da sitzen sie. Das ist das Hühnerhotel. Da sitzen sie jetzt alle drunter. Aber die haben tatsächlich hier, von hier angefangen, die komplette Wiese für sich. Das ist mal ein richtiger Hühnerauslauf. Wir können ja mal hier zu den Hühnern gehen. Hallo. Guck mal hier, wie die angerannt kommen. Ich habe leider gar nichts. Kommen sie von weit her, gerannt und zu picken. Und da ist diese Milchtankstelle. Gehen wir jetzt mal hin. Eier sind hier immer ganz früh weg. Käse kann man auch kaufen. Und dann zopft man sich hier quasi in einem, da steht da Geld einwerfen, Produkt wählen, Produkt entnehmen, Fristgeld entnehmen. Und jetzt, wie funktioniert das? Achso, ich habe es verstanden. Ich wähle eine Flasche, aber die hier, die steht, die nehme ich nicht. Okay, also man wählt jetzt eine Flasche aus. Und dann kommt die Flasche. Die holt man raus. Und dann. Und dann wird die Flasche runtergesteckt. Und auf Milchausgabe drücken. Richtig. Das war genau für 50 Cent. Halb bitter. Ist so leicht gelblich, denn wenn es jetzt. Ja, und das ist der ganze Rahmen. Dann kann man nicht Geld zu pritzen. Bis was? Da werden gerade die Hühnchen gefüttert. Man kann hier nämlich für 20 Cent Hühnerfutter kaufen und dann, genau, dann kann man Hühnchen füttern. Und das, was diese Milch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Rohmilch. Also die, wie die von der Kuh kommt, deswegen ist sie ja auch eben nicht reist und sie ist nicht homogenisiert oder pasteurisiert oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich die reine Milch. Und sowas sollte es, finde ich, öfter geben, vor allem in Stadtmäh, wo man halt die Möglichkeit hat, gesunde Sachen zu kaufen von gesunden Tieren und auch teilweise eben sieht. Gut, Kühe sind jetzt hier keine, aber besser ist das. Gut, Kühe sind jetzt hier nicht. Peru ist jetzt hier nicht so spannend. Vielen Dank.